Der Ange Was ist? Wir spielen ohne Ragen, wir können jetzt nicht mehr liefen Ja, du warst weg Wir haben dich nicht gekriegt, du warst Gruppenanführer, wir sind nicht gelieft Toll gemacht Ja, Miko, aber ich kam da auch nicht Ja, der hat Angst, deswegen ist der ganze Connection Trader, wo da nichts ist Gell, Miko? Ist so, sonst boxen wir nicht zusammen Hey Leute, hört ihr Miko? Hey, hört ihr Miko? Da ging ich so eine Runde Alter Miko, er redet jetzt wieder net Ja, ich weiß Ja, ich weiß Glücklich nicht, ist eh Anfangszeit also Ne, ist alles gut, hat mich halt auch null gejuckt Oh mein Oh mein Oh mein Ich komm nochmal in unsere Klasse, das ist so luxushaft Ich muss da mit Ronja noch im Zimmer sein Dach Gute Ding gefunden Ich hab halt ne bessere Box als du Und die ist größer Ist die dann größer oder was? So Ey, bist du komisch? Ey Leon Alter, ey Leute Ey Leute, lass GTA spielen Ey, lass GTA spielen Knabi Alter Knabi Alter Knabi Okay, du dummer Hurensohn Verdient Hashtag GG Ich wurd geil gekillt Ich wurd geil gekillt Schauen wir mal den Ab und so So ein scheiß Visierer So ein scheiß So ein scheiß So ein scheiß Anstatt einfach zu schießen Und so ein scheiß Oh Scheiß Ja, jaaa... So eine große Hitbox... So unfair... So eine Schlange, die wird nie getroffen... Der ist Sledge mit der Pam... Deine Mutter! Sie sieht doch aus wie Maximilian Gesicht, oder? Der arme Maximilian hat nichts... Alter... Miko! Ähm... Miko? Bist du immer noch angeknattert? Alter... Was? Miko, weil ich schon wieder abgefuckt ist... Alter... Ja... Miko... Miko, das geht... Ach... Miko... Geh auf dein Zeitaccount... Und das geht ja... Ja, dann mach's doch... Ja, Rafa... Rero... Ey, ich schwör, das ist so geil... ich mache die ganze zeit wie ließen geht ja leon wirst du nicht abgefuckt ich bin immer noch ich dachte du wärst dann gibt es also den skin von der halte schulden ist man zu er hat so was du redest du redest du redest du redest oder schulden ja er kommt so auf den belegen schlecht sein ich mache hier die ganze das ist auch wirklich aber wenn wir liefern haben mit 35 minuten aber wenn jetzt anfänglich zu spielen dann können wir auch nicht mit spiel oh mein gott das ist ja gerade so ein geiler wheelie ja können wir machen ey leute lass dich ja nein ok leon ich bin jetzt ehrlich ich hab kein black ice gezogen ist nur spart aber weißt du was ich hier gezogen habe war den gt-skin aber ich weiß nicht welchen aber ich schwöre das war linda warte ich sag dir wie der skin heißt ich so wer wer das kenne so scheiße halt da das kenne heißt bundeswehr für mp7 die ist geil ja aber das kenne sieht nicht so geil aus das ist einfach so ne deutsche flage auf und waffen ich weiß und dann noch so ein adler drauf ja ja ist voll geil das sieht in game voll geil aus ja die gold oder das glänzt so mit dem goldenen ja so ich hab für jeden ich hab für jeden was weg als gezogen also du könntest gestern sagst du nicht wie du scheiß holen sohn also du könntest gestern sagst du nicht wie du scheiß holen sohn also du könntest gestern sagst du nicht wie du mal holen sohn ja ich kann auch deine mutter zu kicken du scheiß holen sohn ja du hast dir einen muschi gebast und du hast dir einen kleinen spot auf dem muschi zu ja ich feier das so hart wie er die ganze zeit ausraspelt ja ich hab den muschi von deiner mutter in mein ars noch reingesteckt alter ich steck dein vater in die pusty weil deine mutter die männlichste eben raus ist alter bionese die fetter holen so die fetter nutten so und fatter warum streitet die eigentlich warum streitet die eigentlich Ich bin schon wieder tot, ich lief. Leon. Nice. Ich lief aber. Ah, Leon, entschuldige mich eigentlich, Jackal kaufen, er weiß da rum. Gegen der PDW, die Waffe ist viel stärker als die C7e, sovgleich. Ist die PDW diese Maschinenpersone mit 50 Schuss? Diese 2 Sachen von Jackal ist viel stärker. Äh, bist du wohl nun? Ja, wir machen jetzt alle, ja, können wir machen. Ich bin jetzt nur 0 eingespielt. Ja, weil es endlich geht, aber wenn wir mich nicht einladen... Oh scheiße, Fabi, der ist da. Ja, ich schlag dich ein. So, du bist schon tot. Kommen wir mich wieder mit Diegel. So, oder was ist das? Einfach so aus Pfand, weil wenn wir so etwas leeren und so warten müssen, dann können wir ja da einfach rausgehen. Oh, die Scheiße. Okay. Ja. Ist ja auch mit dem Granator da. Der denkt auch, ich bin gerade Paul in Diegel. Der ist einfach nur dumm. Aber Marvin macht uns... Ich glaube, wir sind wieder Fabi 2 Sekunden. Mach wieder runter auf Raid. Fuck. Ja. Das ist das Ding, weil man sollte. Ja. Das ist das Ding hier. Und im Moment. Ja. Der ist so los Oh Raid Oh mein Gott Der ist so erschrocken, du bist dann für ein Verpack Ich krieg mein Leben gerade, Digga Ich finde ich so etwas nöckert aus seiner Truhe oder so, aus seiner Dinger, so aus dem Eiferpack Lade mich nochmal ein Der Co, ne? Ich auch, fuck's up Der Co, ne? Was ist dein Main? Ich hab gerade den Gleit verlassen, denn er ist so genügend wieder starten Hm? Man aus dem... ... Ehm, Bandit Der Co, ne? genau das haben wir in der waffe ja leon pb 1 bandit nur mein main wegen der waffe bei die mp7 ist op ich finde ich wie frost ihre waffe besser also bitte also oh mein gott alter el jarwin die wendel 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 wir haben heute spielen ss wieder im ausdrüben ich würde so gerne mit dir spielen weil ich bin so genau um ein uhr leon Junge wie immer gibt es halt immer so würde es mich nicht wundern wenn es nicht so wäre